Dieses Pipo-Lick, ne? Das ist bei dir das, was so grad abgeht, ne? Ja, das ist bei dir jetzt auch. Ja, der Erste wollte es bei mir machen, aber ich hab's nicht drin. Nein! Ich... Ah! Ich hasse das Game! Teddy, schau gern mal auf YouTube vorbei. Richtig, richtig geile Runde. Mit Gorenko und allen Aufsätzen. Aufs Schlachtfeld. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein. Du hast dir deine Hände spazig gemacht. Okay, hier lag einer im Rulag. Oh mein Gott, er sitzt hier an der Zip-Line. Crazy. Unschattig trotzdem. Okay. Ah! Au, au, au! I'm away. Hammer, hammer, hammer. Hammer, hammer, hammer. So auseinander genommen. Oh, ich hatte keinem Gulag, der lag da. Und wollte mich up-aimen. Ich stand hinter ihm und hab ihm zwei nachkampf angegriffen gedreht. Ich wollte einfach nicht den Finisher haben. Einfach den Panic-Pattern nach unten gedrückt. Oh, bei mir, bei mir! Schildbreak bei ihm! Schildbreak! 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 Oh mein Gott! Schöner Call! Was? Ich drüben noch einer! Was hits? Top ist was der Top Donut! Das Gas nähert sich dir! Oben gelandet, Freunde der Sonne, wie Carefull! Ich hab' den Kopf für ein Ziel identifiziert! Hab' Spaß! Einer P! Jaaaaaaah! Schön! Hast du ihn? Hier ist gestorben. Irgendjemand hat ihn abgefeuert. Komm hoch! Hä? Ich hab' ne Helmbombe kassiert! Ich hab' leider keine Waffen, Digga! Das ist das Problem! Aber... Alter! Ich hab' so ne Helmbombe kassiert! Keine Ahnung! Aber beim Loadout braucht ihr nicht landen, übrigens! Hast du beim Loadout gelandet? Ne, ne! Da sind das Full Team gelandet! Auf dem Load direkt! Oh! Rechts! 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 Blauping! On my way! Ja, 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 ja! Der ist hier rein! Und da snipet einer hier drin! Da ist alles voll! Und da ist einer gelandet! Einer noch! Oben grad am Loadout jetzt! Das ist ja echt so ein Scherz! Wie zur Hölle können die nicht sterben, man?! Das ist ein Witz! Oh, die ganze Zeit draufgeraten, das passiert einfach bei denen nichts! Der defiende wird wieder eingesetzt! Bereithalten! Unter mir ist einer! Oh mein Gott! Im Lauground! Komm, hör doch! Der ist safe! Mango, was ist heut los?! Mango, was ist heut los? Mango, wie der?! Mango, lost! Mango, lost! Oh, der kriegt das nachher in Bombe! Was hinten jetzt? Wo oben drauf oder hinten? Oben drauf. Der hintere Lautort ist gewesen. Tunnel auch was gelandet. Ich gebe mir jetzt Platten holen. Hier ist auch was, Vorsicht. Da snipet auch einer hier auf den Ping. Hab keine Ahnung mehr. Oh Leute, Leute. Einer Nock. Shoot Break, Shoot Break, Shoot Break. Warte, warte, warte. Noch einer Nock. Bin da. Komm mal, komm mal, komm mal. Hab ihn. Oh mein Gott. Da waren vier drin, ne? Ja. Alter. Ah! Da snipet was, Vorsicht. Also hier Tür und zu. Ja, ich hab Tür und zu gemacht. Ey, ich dropp hier einen Ballon und wir fliegen aus Lodi. Ja, ja, ja. Good call, good call. Weg. Oh mein Gott. Aber da war die Graskanade grad perfekt reingeworfen. Auf den Donut drauf. Vorsicht. Ja, auf den Donut. Ja, der hat die Dinge getroffen. Ja, der hat die Dinge getroffen. Ja, der hat die Dinge getroffen. Ja, der macht nichts den Scheiß. Ach, jetzt fucken die vom Gegenüber wieder ab. Ja, ich geh runter, 71 hoch. Ja, moin. Unter mir ist einiges, Jungs. Teamfreude. Ich würde euch nicht reinpushen. Hier ist ganzes Team hier drüben. Wir sind grad runter gesprungen. Bei mir, bei mir, bei mir. Come away. Ist wieder runter, ist wieder runter. Hier lande was? Ja, lande. Ja, ja, da hinten. Einer lockt. Einer finished. Ich geh' von der Seite da rein. Und reinpushen. Ey, ich bin voll rein. Ich bin voll rein. Einer Crackbau. Einer 1HB. Ja. Alter. Ich bin grad so aggressiv da rein. Hat jemand Platten. Ja, hier. Schnappt euch die Panzerung. Ich bin nur. Ohne. Donut. Liegt doch im Shop, ne? Oh, das ist geil. Ich glaube, dass du grad die Kids alle bekommen. Ich hab rein gesprayt. Ja, ich hab rein gesprayt. Sau. Echt. Ohne Witz. Alle One geschossen. Ähm. Ähm. Ja. Ich hol mal Karten. Bitte. Ach, der Shop liegt unten drin. Was? Händler markieren. Hat sich hier nicht irgendwer Lodi gezogen, Dicker? Durch den Nordwesten? Ja. Ja, hier unten. Hier unten ist Lodi. Das Ziel ist feindlich. Hier ist der Gäste. Das Ziel ist feindlich. Das Ziel ist feindlich. Hier ist der Gäste. Das Ziel ist an Boden. Bewegung. Ich hab einfach die drauf. Ja, ne? Warte, ich hol mir kurz. Was am Shop. Äh, hier sitzt auch noch ein Einzelner drin, ne? Oh, hier. An der SIP-Line, glaub ich. Oh, Lukas. Oh, du hast da Auftrag. Einer zippt, einer zippt. Ja. Flichtkontakt zum Ziel. Ach, das war der Einzelner. Gib mal schnell Geld. Mango. Loser. Ah, nein. Hier unten. Mango, Mango. Ich bin hier oben. Jalla, Jalla. Mit der. Übergegen. Mit der euch. Aktivität. Feind. Das Gerät ist aktiv. Bleib in der Nähe. Bleib in der Nähe. Der hat Winden. Der ist One. Feindliches Team. Verfolg deine Position. Ey, wir haben die Kiste. Wuhu. Ja, ja, ich bin. Ich hab schon angenommen. Let's go. Komm mit Mango. Team Wild, let's go. Alter. Was der? Achso, lol. Überrot um Kiste. Da schießt jemand. Ja, mach. Das ist süß. Habe ich, habe ich. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Er ist Knock. Alter mit dem richtigen Team macht das Spiel so Spaß und wie es so verbannt ist von oben noch was? Ja. Live ping? Ne, hat nicht funktioniert, der ist hier. Auf orange. Alright, alright. Let's go, Hunter spielt sie ab. Jetzt hier links, er snabbt auf mich. Los bei euch, los bei euch, los bei euch. Oh ja, good call, good call. Ach der Arme. Ich geh mal kurz Platten mal kaufen. Räuchte echt mal ne Plattenweste, ne? Ich hab ne Plattenkiste, ich hab ne Plattenkiste. Hibste auf, hibste auf, Mango. Hab ich ja. Bin getroffen. Der verpisst sich grad der Wichser, ja hin. Wir verfolgen wer jetzt, ey. Let's go! Hier drüben, hier vorne. Der hat einer P, einer P, bitte! Ich will nicht mein Specialist wieder verlieren. Da ist er, ja. Ah, da ist er. Wir müssen aber noch irgendeiner getroffen sein, ne? Ajo, Lukas. Ich küss dein Herz, man. Vielen, viel Dank. Am Flugfeld war aber, was wo wir herkamen, ne? Die fünster Abkunftsmann. Ich meine, da ist... Autor bist du lieber im Chat. Oder Peepolix. Oh, ich hab kein Geld mehr. Äh, keine Munizierung mehr. Ich muss, ich muss legen. Ich hab Ammo-Box. Ich auch. Okay, sorry, Diggi, sorry. Ja, ist halt fast. Okay. Hm, na, irgendwas schießt doch nicht. Sorry, ein Missblick. Arschloch. Bruder, ich fahr ganz oben. Guck, ob ich jetzt bin! Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Hier liegt... Ach, hier liegt ja noch mehr Geld. Ihr gebt gutes Geld. Drohne Marsch. Verfolger abgehängt. Klug entwischt. Echt? Oh. Wie geht's denn? Ich poppe, ne? Ja? Pop it. Was ist mit dem los? Einer... Einer fliegt hier. Ah, nein! Ich bin runtergefallen. Ja? Wieso? Feindlicht und ohne ist aktiv. Chipwreck. Noch nicht, nein. Lass den nachher holen. Lass den nachher holen. Ja, lass zum Shop. Vergesst das. Ah, toll. Der läuft hier offen. Oh mein Gott. Hab den Feinden nicht hier. Hier ist der Treffpunkt. Oh mein Gott! Flip it. Im Fluch? Ja. Aber ehrenlos im Fluch. Nein, meine eigene Nate. Meine eigene Nate. Nein! Das ist selbst hier unten. Komm mal, komm mal, komm mal. Meine Nate hat mich genockt. Hallo. Ich bin Phoenix, bin der Neue. Wisst ihr was ich geil finde? Die Jungs haben nochmal kurz 8k oder so im Shop abgelegt. Was? Hast du denn einen Dings an, oder? Was? Geld liegt uns. Geld liegt. Ja, ich, ich, ich weiß. Ich hab den Wood Stim gehabt. Hast du den Nude Stim? Den Neue Stim? Den Neue Stim. Den Neue Stim. Hohen Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Haufen. Hast du meine Munitionskiste, ne? aus den auftrag holen aber ich glaube solo alle mit geist der präzise durchmann und versteh dich ich hab extra dich geschossen ich hab gar nicht dich ich hab eine Drohne ich hab eine Drohne ich hab eine Drohne ich hab eine Drohne lass einfach das Ding sehen das große da ich hab eine Drohne ich hab eine Drohne die haben keine Ahnung was sie will ich geh oben drauf ach die stehen da schon ich hab eine Drohne drauf oh mein Gott WTF ist das passiert ich hab einen Stefan, siehst du den? Ja. Oh mein Gott. Oh, Henki, wichtig und richtig an der Stelle. Ah, hier. Ach, geil. Warum macht mich das Spiel jetzt noch süchtig? Das gibt's doch gar nicht. Ah, die sippen sich grad. Wisst ihr, was das Ding ist? Ich bin grad wirklich, das ist nicht gelogen. Ein Millimeter, bevor ich mir die Beine gebrochen hab, hab ich den Fallschirm gezogen. Also, wirklich, ich weiß nicht, wie das geht. Und andere Male, wo man 15 Meter über dem Boden ist, hämmert man die Tasse und nichts passiert. Ohne Witz ist das eine geile Runde, man. Es klappt ja alles bei uns. Quack. Quack? Quack. 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 Jetzt grenzt ihr schon wieder am Morgen, ich glaub es nicht. Links auf orange wieder. Oh, rechts, rechts auf jeden Fall noch Full Team, ne? Einen hab ich. Heutz, rechts. Quack. Warte mal, Drohne länger. Die sind auch interessant, ne? Ja, ich bin grad mit bei Hanky. Das ist der Afghanshop, oder was macht der Bray? Oh, 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 oh. Du lässt sich Zeit beim Kaufen. Rechts, rechts. Ah, mein Ziel war klärt. Finischt. Oder der chillt im Badezimmer, oder so. Da chillt unter der Treppe. Auf der Treppe, okay, nevermind. Na gut. Was baue ich da hinten? Wir brauchen Hilfe, maybe. Ich zieh gleich ne Drohne, gib mir ne Sekunde. Drohne ist aktiv, das passt. Okay, nevermind. Mago, nimmst du dich mit? Ja. Oh mein Gott. Letzte Drohne. Äh, ich hab leider keine. Hab ich, hab ich. Ja. Nice. Okay. Alles vorne in der Hütte, ne? Wir kommen jetzt. Du flippierst ja etwas nicht. Du flippierst ja etwas nicht. Kämpfer anrufen. Alter. Ja, nein. Hier, es liegt noch ne Ammo-Box. Schnappt euch die Panzer. Oh mein Gott, der Arme. Also der hat ja wirklich voll aufs Maul bekommen. Da sind ja einfach 20 Granatengefühlt reingeflogen. Ja. Da guckt was auf uns. Ja. Von Purple, von Purple. Stöbern wir sie auf. Und Rander, Jungs. Und Rander. Ja. Links landet noch was. Ja. Ja. Hier läuft was auf dem Field. Der ist cracked, der ist cracked. Lock, 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 lock. Erledigt. Am Shop hinter uns. Shop hinter uns. Welcher Shop hinter uns? Hier. Links. Oh Gott. Und da treff ich dann nicht. Oha. Das war meine, Nate. War meine. Ich dropp hier nochmal ne Ammo-Box. Oh. Snipes oben vom Berg. Mhm. Die ist ein bisschen open, da schießen drei Leute dann auf dich. Marker, Marker, Marker. Ich wünschte, ich würde da mal wen sehen, Mann. Ah, würde ich an den Shop kommen, Mann. Ich seh nichts, weil die in der Sonne stehen. Die sind 80 Bäume davor, Mann. Die hinten aber trotzdem. Die müssen wir fast dodgen, ne? Warte, jetzt seh ich einen. Hab ne Ammo-Box, hab ne Ammo-Box. Hier ist einer auf Green. Schnapp sich das jemand. Hier hinter. Panzerbox. Ja, ich hab ne Handball mit kassiert, bin aber safe. Komm mal, komm mal, komm mal. Der bündete Präzisionsluftschlag kommt. Achtung. Oh mein Gott. Dankeschön. Von links schon. Hier links läuft einer. Ja, ja, ja. Da kommt, da kommt, da kommt. Mango, Mango. Außen, außen. Ja, 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 ja. Einer war rechts, da müsst ihr aufpassen. Vor mir, vor mir, vor mir. Hinter dem Baum. Hat Hits. Shoot break, shoot break, shoot break. Good call, good call. Hab ich, hab ich. Oh, wo? Ah. Lol. Ich bin wahrscheinlich down. Ne. Passt. Passt. Ja, auf blau ist der, auf blau ist der. Ich bin für dich da. Danke. Oh mein Gott, die snipen von Highground. Ich seh sie halt nicht, ne? Ja. Einer ist los, der ist lockt. Out, ja. Alles down. Ich mache einen 9cq-Hoof. Ich gehe nach oben auf den Berg. Ist alles tot. Alles tot. Keine Gegner, ich mache trotzdem. Live-Bring, live-Bring, live-Bring. Keine Enkel. Hey, es sind fast nur noch Solos, ne? Drohne beginnt Überflug. Drohne beginnt Überflug. Drohne beginnt Überflug. Drohne beginnt Überflug. So, Jungs. Letzte Team. Letzten beiden Teams. So, ja, moin. Eigentlich müssen sie runterkommen, ne? Aber... Oh, what the fuck? Oh, ich seh's. Haupt noch Cluster oder so, ne? Einer geht runter. Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Das Gas nährt sich dir. Wir sollten ihn nicht pushen, Jungs. Lasst bitte den Wind mitnehmen. Ja, ich wollte auch. Hier läuft keiner. Ich starte hier, ne? Der Jit kein Enkel auf den. Der fährt weiter runter. Ich finde, ich kriege den Letzten für die Trendy. Das ist meiner. Ja, dann hol ihn dir. Dann, ich gönne dir. Ich seh ihn nur nicht. Ich hab ein Ziel markiert. Ich glaube, ich nehme jetzt den Henki weg, um ihn einfach wirklich zu nerven. Blauping, Blauping, immer noch. Ich spring ein bisschen um den herum, okay? Ich hab halt leider kein Enkel von hier, Mann. Wo bist du denn? Ja, ganz hinten. Ihr seid so weit vorne. Ihr pusht ihn ja gerade. Ne, ich pushe ihn nicht. Ich laufe hin und her. Wir verwirren ihn. Aber der hat so Bock auf mich. Der hat so Bock auf mich. Ich seh ihn nur nicht. Ich wünschte, ich würd ihn sehen. Hier. Ja, da. Ich seh ihn immer noch nicht. Ah, der sitzt da. Jetzt, Henki, jetzt brauch ich dich aber gleich hier. Hey, Mbappe, let's go! Wuuu! Das hätte No Scope sein müssen, Henki, also. Oh, dann keine Chance, No Scope. Alter, war's da eine Runde. Ey, ohne dass sich das so lange kein Spaß mehr im Game gibt. Ja. Also, wow. Ey, Felix, du musst dir zwei Clips angucken. Mhm, guck mal. Dann schick ich dir im Discord. Ich liebe die Gorenko. Ich muss die nächste Runde legit eine droppen, Mann. Hm. So, schauen wir mal rein. Warum ist die VOD so pixelig? Zwei. Das weiß ich nicht. Mit wie viel Bits Upload spielst du? Äh, achttausend. Zwei. Ne, ich hab, ich hab achttausend eingestellt, aber es kommen halt leider nur sechstausend an. Oh, der Snipe ist echt, oh, schön aus der Luft. Der ist schon mal geil. Vor allem, er wäre halt grad im Haus gewesen. Hm. Und dann oben. Anflug. So. Was? Okay, der war frech. Und da ist ungefähr 4.